Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Pyro Freunde. Was ist doch auch so lustig. Wenn ihr das auch lustig findet, dann lasst mir Daumen nach oben da. Kann man so sagen. Auf jeden Fall gibt es heute mal wieder eine Mischung an Feuerwerksartikeln. Gab es ja lange nicht, oder auf meinem Kanal? Nein. Du Profi Pyro Fuchs. Überwiegend Fontänen hier mit dabei. Die stellen wir euch dann noch alle vor. Auf jeden Fall schöne Dinge mit dabei. Auch hier die Feuerarsche Fontäne von Kometrotz. Eine Wuhan Cat 1 Fontäne. Ein paar Knallartikel hier. Auch ein paar Bombenrohre und noch zwei schöne Raketen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und lasst es euch schmecken. Zeig mal. Feuer? Vögel? Keller. Das ist aber auch ein Vogel, oder? Ja. Näher ran. Feuervögel? Ja. Als Zusatz von Pyro Extreme hat er hier. Schöner alter Kellerfeuervögel. Ja, mach es noch näher ran. Was ist denn? Mit deinem komischen Mikrofon. Siehst du das, oder? Na, los. Gut. Feuer, profi. Sehr schön. Als erstes geht es jetzt los hier mit der Silberfontäne. Von Komet. Auch bekannt als 1.001 Silbertaler. Wollen wir die Hebel runterholen? Ja. 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 Weiter geht es mit Keller Superbeller B. Und die Pürfutz. Ordentliche Lautstärke. Jetzt die geilen Rambos. Oder Pürfutz. Mal sehen welcher Effekt. Schöner Silber. Richtig geile Teile immer wieder. Als nächstes Flashbang. Von Veko. Woher? Mach das nochmal bitte. Als nächstes. Flashbang von Veko. Woher? Bestellung. Bestellung? Bisschen dumm. Von Heinrichen. Nee, Lidl. Von Heinrichen. Stell mal bitte hin. Nee. Nussgekopf weg von Heinrichen. Doch. Das Video sollen wir noch nicht mal anleihen. Schöne kleine Teile. Läuft er durchs Bild an. Nämlich wird bei Bröckhoff. Oder Bröckhoff. Bröckhoff kräckel kräckeln wir jetzt haben. So Kat 1 von hinten. Wuhan. Bröckhoff. 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 Weiter geht es jetzt mit der vier Farbenfonteine auch von Komet. Südich gleich mal zum Büro Extreme HD. Zu Tranquil. Schönen Rast. ional Konsequil hier. Wer der Benut��하면 투 Moihe? Alter Feuertopf. Alter! Komet knallt aber richtig, ne? Weiter geht es mit den Frogs Bee von Keller. Sehr schlecht. Noch mal sehr schlecht. Weiter geht es mit der wunderschönen Fontaine und zwar die Sternkreisel. Auch von Komet. Jetzt hast du rumgesippt. Und damals auch mal ein bisschen besser. Jetzt der Sandergang Schocker aus dem Powerpack. Sandergang Schocker. Weiter geht es jetzt hier mit der Feuerwerksvorarsche Sternensturm. Hier mit Gibbelster Mogelpackung wieder von Komet. Eine Pfeifpatron in einer Effektkammer. Das lässt man trotzdem. Ich weiß nicht was ich davon halten soll. Nicht. Jetzt zum Schluss die zwei Raketen. Ich würde sagen, als erstes die Jurke JA4 in Blau. In Blau. Ja, dort sind schon irgendwo. Sehr gut. Sind an. Schöner weißer Blinker. Jetzt die BS410 glaube ich. Richtig geiles Teil. So, das war es auch schon wieder mit der Mischung des heutigen Tages. Ich hoffe euch hat es gefallen. Danke auch nochmal an die ausführenden Zünder. Und fürs Licht. Bis zum nächsten Video. Euer EFFECTS Firework. Und schaut mal bei den Kanälen in der Beschreibung vorbei. Oder? Ja, auf jeden Fall. Top Kanäle. Warum sollte man dort vorbeischauen? Jede Woche Videos. Top Qualität. Willst du noch hören? Schaut vorbei, da müsst ihr mehr.